Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy, mit mir der Big Mount. Es geht weiter. Mit zwei Weißheilen, die mir zwar eher lila erscheinen, aber jeder den Saal holt. So. Edge ein Level auf und Hugo stellt ein Level auf. Das ist wunderbar. Und hier ist nix. Oh, Wasser-Elemente und ein Limpoor. Dann machen wir mal Blitz drauf, ne? Der Limpoor hat ja mal nix drauf. Dafür Kupo umso mehr. Und das ist Hugo auf und das ist sein Ende. Ich suche gerade vergeblich nach einem Eingang dahin, wo ich hin will. Ich finde aber keinen Eingang dahin, wo ich hin will. Und das ist mein Problem. Es gibt keinen Eingang. Du kriegst fast drauf. Du kriegst fast drauf. Ach. Du kriegst fast drauf. Es macht. Nicht fertig. Wunderbar! Ein Windwurm! Oh, das sind aber... äh, viele, hm? Nein! Und mach du mal Heilung und du machst Blitz États. Passt schon! ich gehe einfach noch mal hier hoch ein Weißheil und dann noch ein normaler Hai welche wie wir ja noch wissen nicht so stark sind Drachentöter ich finde ich echt schlecht ja den greifen wir auch so nochmal an das passt schon so ich gehe jetzt einfach mal hier rein und gucke einfach mal vielleicht war ich einfach nur im falschen Raum ganz ehrlich mir würde ich das zutrauen das könnte sogar sein Glutzauge so so passt doch oh Geister naaa wenn ich doch bloß was gegen Untote hätte fuck sowas aber auch oh wo kommt denn Ai ja aber es reicht nicht oh fail so gut habe ich Feuer noch ausgewählt das reicht nämlich auf jeden Fall da ist es doch Diamantpanzer ich möchte jetzt erstmal hier optimal 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 Diamantpanzer den wollte ich unbedingt haben hier bin ich also richtig nichts sonst wo so Schlips und Schalips weg hm wohin nuuuh auch mach mal ich glaube ganz fest an euch die seh Schlange weg Och davon gibts ja auch noch ein paar Aber es mangelt uns nicht an Gegnern. Das ist es nicht. Ah ja, ein Krieger ist nichts. Gehen einfach mal so in den Wassertempel und machen einfach mal alles kaputt, was sie nicht finden. Wir können uns sowas ja leisten. So. Lichtaxt. Ha. Eine leere Schattdruck. Ist ja unglaublich. Tja. Bop 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 bop. Heilung... ...und Blitzer. Das passt schon. Would you like to see the fresh or spicy blue block in our final slides? W-e-w-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-me-we-we-we-we-le-we-we-we-we-we- весь level up und da haben'S ja was... Och, ne, komm. Nicht noch mehr Seeschlangen. Magier starb. So, jetzt könnten wir nochmal hier bei Rüstungen gucken. Du zuerst. Jo. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Die Lichtachs durch, die macht mich tatsächlich schlechter. Dann lassen wir das mal sein. So. Nummer 1. Nummer 2. 5. Nummer 3. Er hat überlebt. Welch großer Zellfail. Wie der Vampir in der Seesamstraße. Nummer 1. Ne, falsch. Eine Seeschlange. Zwei Seeschlangen. Drei Seeschlangen. Huuuuh. Okay. Ähm. Ich habe den Unterschied zwischen einem Isao, der ist tatsächlich etwas stärker, aber Verteidigung hat er nicht unbedingt mehr. Das heißt, alles ist eine ganz große Enttäuschung, was Gegner angeht. Zum Glück kriegt man genug Geld für diese Mette zu gestalten. Also, Raten von mir wird es, also jemandem etwas raten, ähm, nicht unbedingt einen auf, äh, auch ich habe ja genug MP, also Mana oder MP, habe ich ja genug, das würde ich jetzt nicht sagen. Hebt euch so viel wie möglich auf, zum Glück habe ich noch ein paar Äther, aber sonst hebt euch das alles auf. Because you never know. Also, ich weiß, aber, so, 12.350, apropos Geld, ich wollte gerade nachgucken und dann kam das hier. So, durch meine Massen an Äther werde ich wohl kaum ein Problem haben, hier. und ja. Ähm. So, von Geld her recht viel wieder. Hier kommen keine Kämpfe, soweit ich weiß. Und viele Kisten. Bam 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 bam. Ach hier, betende Merkenfrauen außerdem. Wenn das Meer sein Schützen es nicht verliert, werden wir zu Schaumblasen und lösen uns in Nichts ab. Ach, also die, die uns dieses Fass gegeben hat, ist jetzt nichts mehr. Es scheint uns wohl in unserem Gebiet erhört. Ja, das hoffe ich auch, weil ich will nicht, dass mehrere Frauen nichts zu nichts werden. Eine von uns geht an die Oberfläche und es seid dem Nichts mehr zurückgekommen. Hoffentlich fängt sie nicht in Schwierigkeit. Es tut mir so leid. Da fühlt man doch schon ein bisschen. Warum könnt ihr eigentlich unter Wasser atmen? Sehr merkwürdig. Wir haben doch dieses Luftwasser. Denk ich. Wenn das gemeint ist. Diamanthandschuhe. Und Diamantellen. Und Rosetta-Stein. Rosetta-Stone. Oh mein Gott, ich habe ein Programm für meinen PC bekommen, der es mir erlaubt, Sprachen sehr einfach zu erlernen. Unglaublich. Rosetta-Stone. Blablabla-Rochas. Ja. Ein roter Blablabla. Helft uns. Rettet das Meer. Stellt das Leuchten des Wasserkristalls wieder her. Oh, das hat ich gereimt. Oh ja. Oh ja. Wieder Geld. Was machst du? Sag mal, sind das Kristall, die hier bei euch strackt? Etwa die aus der irgendeine Hände? Wer ist denn überhaupt? Menschen, meine Damen. Wir sind Menschen. Oh, und wer bist du? Hier befindet euch noch auf uns Jogged Stampet. Rettet das Chaos des Wassers hat sich passenderweise am untersten Stockwerk eingenistet. Ja, passenderweise. Da, wo wir durch mussten. Anti-Do. Habe ich jetzt eher weniger Bock drauf, mit denen noch zu labern. Diamantschild. So, da könnten wir ja hier einen Diamant-Helden machen. Ich glaube, wir haben schon alles dafür. 50, äh, 50.000. 5.000, gell? 10, gell? Uah! Und 10.000, okay. Das sind dann 10.000 und 10.000. Hm. So, waddu. Mir ist aufgefallen, wir können nicht überall hin. Und Rosetta Stone kann uns da auch nicht helfen. Hier, auch wunderbar. Hier ist nichts mehr, nichts. Und hier ist auch nichts. Ha. So, dann verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Eddie Winkmann, wir haben den richtigen Weg gefunden und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn es heißt, let's play Final Fantasy. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020